... den Song Contest heuer nicht gewinnen sollten. Dann wünschen wir den Sieg den beiden Verrückten aus Irland, Jedward, den neun besten Freunden von Lukas und Manuel, wie diese Bilder von heute Morgen aus Baku zeigen. Die Hotel wundern sich wohl, was hier abgeht. Was hier abgeht? Die neue irisch-österreichische Freundschaft. Die wurde heute frühmorgens mit Teufelsgeige und in Bade-Lederhosen der Steirerwirts Peter Goach bekräftigt. Ein Weckruf, wie nicht jedes Hotel seinen Gästen anbietet. Aber bei 20 Grad schon um 8 Uhr morgens soll man eh raus aus den Federn und rein in den Pool. Zumindest an den Pool trieb es die ersten Frühstücksgäste, die sich fragten, sind diese Jungs schon wieder auf oder noch immer.